so ja dann wir haben mal wieder zügig durch die level ja ich hab jetzt doppelsprung meine preis einlösen kann aber wohl nicht was uns hier so alles erwartet ist wieder so ein ding keine ahnung wie ich das machen soll da was ich drücke es passiert nichts kann auch nicht genau da reinwerfen seltsam gut wo ist denn jetzt wahrscheinlich da oben oder was wir müssen scheinlich darüber daneben alter koordination 0 komm schon höpst du noch mal ordentlich so okay stein tafel gefunden aber das ist nicht das was ich suche wenn ich suche da liegt da liegt es ab damit zu diesem zack und man öffnet mir das tor dankeschön okay so auch da Läb! Woohoo! Schub zu einem Läb! Oh, ne, Schrauspein. Krebse! Okay, wir rushen hier wunderschönen durch. Oh, Piranha. Der hat mich fast erwischt. Oh, guck mal da. Aha. Das kann ich gut gebrauchen hier. Sehr gut. Da ist die Piste. Tschüssi. Ich hab ne doppelte Blut. Hilfe, Hilfe. Verdammtes Wasser, eisekalt. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. So. Zack. Ba 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 ba. Ba 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 ba. So. und ihr tut. Zack! Bapapapapapapapapapau! Bapapapapapapau! So! Hopp! 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 Oop! Oop! Alter, starrt schon. Jetzt wäre ich draufgegangen. Hm. Hilfe, ich sehe nichts mehr. Ah, hier geht es weiter. Da bin ich gekommen, oder? Hilfe, ich verdanke die Kräfte. Nein damit, zack. Ist das das zweite Ding? Ah, da bin ich daneben, die denn? So. Okay. Das zweite muss ja auch irgendwo sein, oder? Da. Kann ich eigentlich campen, wenn ich das trage? Oha, ich kann sogar campen, wenn ich das trage. Wahnsinn. Sachen gibt es. Das ist unglaublich. So, ähm. Gut. Hallo. Danke. Das ist mir jetzt schon wieder eine ganze Beko. Zack. Zack. So. Ups. Hier hoch. Hier hoch. Sag ich. Hier hoch. Holland. Das ist was. Wahrscheinlich ein schönes kleines Spiel. Hätte ich gerne als Kind gehabt. Schön Jump'n'Run mäßig. Easy. Wollte ich das da reinstecken? Ne. Gut. Ich verstehe es immer noch nicht. Wie man das öffnen soll. So, Nummer eins. Reingeklickt. Zwei ist auch drin. Und dann ist das Tor wieder auf. Zack, zack. Stammtattacke. Stammtattacke. Vielleicht gibt es noch so. Special Moves hier. Nö. Hm. So viel Coins. Zahle. Ich weiß nicht, was ich damit zahle. Juhu. 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 Ja, schon wieder so ein Ding. Gibt es doch nicht. Da muss es doch ein Glück für geben, oder? Muss ich hier irgendwann anwerten? Nö. Komme ich denn an diese Dinger dran? Wahrscheinlich absolut simpel wieder irgendein blöder Knopf, den ich kenne, oder so. Muss ich mir mal bei anderen angucken, ob die das öffnen, oder wie die das öffnen. Falls das zu öffnen ist. Dass es nicht nur Dekosteine sind. hat es doch kein Dinger da. Uff. Oh, ha! Bist du da genau der Schicksale? Oh! Bist du da? Oh! 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 Kann ja denke ich nicht so lange das Spiel gehen. Sind ja nur diese vier Level. Und dann ready. Wo ist der Fisch? Hallo. Hä? Was ist? Aha. Ich dachte schon, hier kann ich nicht mehr hoch. Er hat mich fast erwischt. Hey, wo geht's denn hier weiter? Da. Ach, hier oben geht's weiter. Ciao.